Ok, ich hab's. Oh mein Gott. Da fühlt sich einer komplett in sein Element. Es kommt nicht durch, eine Eimer-Barriere. Oh nein, das frisst mich. Ich denke, dass das ein bisschen wie die Maske aussieht von Madara jetzt. Ich glaub, das findet sie gut. Pieck, pieck, pieck. Ah, das ist ein Squid. Ich mach ihn nicht Squid. Ich mach ihn nicht Squid. Dein Kiefer ist so viel verschoben. Ich möchte nicht erstochen werden. Nein, danke. Ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Magst du Leute erschrecken? Ja. Magst du? Magst du das? Magst du den beiden Jungs mal runtergucken? Magst du das ja? Oh. Ohohohoho. Ok. Dann machen wir jetzt erstmal hier Schluss. Und hm. Jo. Mal sehen wir uns das nächste Mal so. Hallo, wie? Ja? Ja. Ohohoho. Ohohohoho. Süß, braves Kindchen. Eines. Ich würde jetzt sagen, mach's jetzt aber ... Ich sit Call Slash Kingdom zu sein. Es tut so gut, ein Arschlag zu sein. ok, mach mal für Schluss. Hehehe. GIGA